Ich habe das Angebot gekriegt, ein paar RFID-Blocking-Cards zu testen. Naja, eigentlich habe ich nur von einem Hersteller das Angebot gekriegt, die anderen habe ich selber gekauft. Aber ist egal, ich markiere das mal trotzdem als gesponsert. Was mich jetzt heute interessieren wird, funktioniert das Zeug hier überhaupt? Das werden wir testen. Wir werden gucken, wenn es funktioniert oder auch nicht funktioniert, wie sind die Dinger innen aufgebaut, weil die preislich sehr unterschiedlich sind. So, daneben habe ich noch so ein RFID-Sleeve. Naja, ich bin gespannt, ob was rauskommt. Und an der Stelle hat mich dann der Ton verlassen. Das ist relativ unpraktisch. Aber beschäftigen wir uns mal am Anfang mit den Begrifflichkeiten, und zwar NFC und RFID. NFC, das ist nicht synonym. NFC ist Near Field Communication, also Nahfeldkommunikation. Wenn man so eine Karte halt nahe dran hält, dann werden Daten übertragen. Und RFID ist eigentlich Radio Frequency ID. Also eben über Funk übertragen. Wobei es genau ist, dann hat NFC eben die Nahfeldkomponente. Also es geht halt hier um das Nahfeld einer Antenne. Es wird also definitiv nur über dieses Nahfeld übertragen. Ja, ich habe jetzt hier eine Kreditkarte vorbereitet. Und eine Android App auf dem uralten Nexus-Tablett. Und wir sehen hier Reading Tag. New Tag Detected. Und ihr könnt jetzt da, wenn ihr Spaß daran habt, versuchen, das zu dekodieren. Aber die Karte ist relativ alt. Also die ist auch abgelaufen und gesperrt und so weiter. Also viel Spaß damit. Lesen kann man sie natürlich trotzdem. Und jetzt gibt es ja diese Urban Legend, dass man zwei Karten auf einmal oder mehr im Geldbeutel hat. Und man die dann eh nicht mehr lesen kann, wenn alle im Geldbeutel sind. Das werde ich jetzt mal kurz demonstrieren. Und zwar nehme ich jetzt beide Karten und stopfe sie unter den Reader. Und ihr seht New Tag Detected. Das ist, weil diese 13,56 MHz Varianten auch so eine Art Kollisionserkennung haben. Und dadurch eben unempfindlich sind für sowas. Ist jetzt auch wurscht, ob wir jetzt da wirklich eine von denen gelesen, gekriegt haben oder nicht. Prinzipiell geht das. So, jetzt schnappe ich mir meine normale Karte und jetzt nehme ich eine von diesen Blockerkarten. Die hier hat jetzt sogar eine LED-Version. Das ist mir jetzt noch gar nicht aufgefallen, weil ich habe schon mal vorher einen Probedurchlauf gemacht. Positionieren Sie die Blockerkarte in Ihrem Portemonnaie. Blablabla. Ihr könnt das eigentlich selber lesen. Also die rote LED soll Ausleseversuche anzeigen können. Wo ist die LED? Seht ihr da oben? Probieren wir es nochmal aus. Und es ist ganz witzig. Man sieht es tatsächlich leuchten. Hat mich in dem Moment total verwundert. Bitte bleiben Sie dran. Ja, ihr seht, die rote LED zeigt tatsächlich die Ausleseversuche an. Die Frage ist, ob wir jetzt den Tag auch lesen können. Ich habe jetzt die Karte vor die Kreditkarte gehalten. Und da muss ich mal schauen, dass ich es oben hier, und damit ihr es auch seht, damit ich es hier oben hier aufs Tablett halte. Wenn ich jetzt die Blockerkarte rausziehe, dann passiert folgendes. Reading Tag. Das heißt, die Karte hat blockiert und wenn man sie wegnimmt, dann blockiert sie eben nicht mehr. Naja, jetzt habe ich halt die Karte davor gehabt. Und jetzt wollen wir mal gucken, was passiert, wenn ich die Karte hinter die Kreditkarte halte. Und Sie sehen, dass Sie nichts sehen. Und jetzt nehme ich wieder die Blockerkarte weg. Und dann kommt wieder Reading Tag. Also das ist eigentlich der Beweis in beiden Richtungen. Ich hätte es jetzt nicht erwartet, aber es sieht gut aus, mal auf den ersten Blick. Wie verhält sich jetzt die ganze Sache mit Abstand? Und im Gelbbeutel sind ja die ganzen Karten mit ein bisschen Abstand zueinander. Und es interessiert mich natürlich auch zur Klärung, wie das Ganze hier funktioniert. Deswegen werde ich mich jetzt bemühen, und ein sehr gutes Dielektrikum zu erwischen. Am besten eins, das auch von euch reproduzierbar sein wird. Ja, ich habe wirklich lang gesucht. Und hier, da ist ein Stück Geld Papier. Und wenn man das schön zusammenfaltet, dann sollte das eigentlich ganz gut ereignet sein. So, jetzt kommt vorne die Kreditkarte und hinten die Blockerkarte. Und schauen wir einfach mal, was passiert. Ist ein bisschen leer, jetzt formel ich das da richtig drunter zu halten. Ich schmeiße den Blocker mal raus. Reading. Naja, das sieht doch auch ganz gut aus. Auch in gewissem Abstand, hat man jetzt gerade gesehen, leuchtet die rote Leuchtdiode. Gut, das war jetzt die erste. Jetzt schauen wir uns mal den Laien-Schild an. Da steht jetzt auch wieder jede Menge Business-Casper-Zeugs drin. Ich habe es dann auch noch mal vorgelesen. Ihr könnt es aber inzwischen auch selber lesen. Ist nicht wirklich relevant oder interessant. Aber ich habe immer vorsichtig, aber trotzdem immer wieder kurz reingeschaut. Weil manchmal übersieht man was, was tatsächlich wichtig ist für den Betrieb. Naja, es hat jetzt mal keine LED. Sieht aber wertig aus. Klar, schwarz und gold. Was soll man jetzt da schon schief gehen können haben? Dieser Satz hat eine falsche Wortkonstruktion. Das übliche Spiel. Scannen oder auch nicht scannen. Ich nehme die Blockerkarte wieder raus. Reading Tag. Es ist Wahnsinn. Ich hätte gedacht, da die Dinger auch sehr einen großen Preisunterschied haben, dazu kommen wir am Ende, dass sie sich wirklich anders verhalten. Wieder diesen Abstandstest und wieder mit dem Blocker hinter der Kreditkarte. Und wieder passiert nichts und Blocker weg. Und es kommt Reading. Ja, und jetzt haben wir unseren dritten Kandidaten. Ja, auch da steht jede Menge Klump auf der Verpackung drauf. Ja, Money and Passports Guardian Angel. Ja, schön. Bla, bla, bla. Einfach in der Verwendung. Ja, das ist uns klar. Ich backel es einfach mal aus. Das ist, da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Ich quäle mich ein bisschen, das Zeugs da auszupacken. Auch auf der Rückseite steht nichts, was von dem anderen Zeug arg abweicht. Und wieder die Blockerkarte hinter die Kreditkarte. So, Scan a Tag. Man muss immer eine gewisse Zeit warten, klar. Und raus damit. Und Reading Tag. Ich lasse das auch immer umgeschnitten. Das Stück da, damit ihr das einigermaßen in Echtzeit seht. Müsst ihr ein bisschen Geduld haben. Und wieder unser Die-Elektrikums-Test. Und Reading Tag. Ja, also auch die dritte Karte verhält sich einigermaßen wie alle anderen. Ja, und als drittes haben wir noch diesen Sleeve. Probieren wir den A noch aus. Ist das die billigste Variante davon. Und in den Sleeve, da steckt man nachher die Karte rein. Und ihr merkt, das ist ein Mordsgefrickel jetzt. Bei mir ist es auf jeden Fall natürlich das Problem, da ich ja noch das Klebeband um die Karte gewickelt habe. Was eigentlich gar keine Rolle spielt, aber ich hatte halt Spaß dran. Man kann sich da mehr oder weniger dämlich anstellen. Aber selbst wenn man sich besser anstellt, dann, wenn ihr euch vorstellt, dass ihr das jeden Tag ein paar Mal machen müsst, vielleicht, je nachdem wie viel Geld ihr ausgibt. Ich weiß nicht, wie Rockefeller-mäßig ihr drauf seid. Dann könnte das im Alltag schon ganz klar ein bisschen nervig werden. Also ich bin dann schon relativ genervt. So, jetzt ist er drin. Schön. Und jetzt scannen wir nochmal, oder auch nicht. Und jetzt schaue ich, dass ich das Ding ins Amaranant gepackt kriege und ziehe es dann raus. Komm, das geht, das geht, das schaffen wir. Wir schaffen das. Ja, Reading Tag. Also auch damit ist der Beweis natürlich einwandfrei gegeben, dass das Ding funktioniert. Erstaunen uns aber auch nicht weiter. Mich hat noch weiter interessiert, was passiert, wenn ich es hinter die Kreditkarte halte. Weil da, ja, ja gut, der Schwingkreis, der auf der Karte natürlich das RFID-Signal entgegen nimmt, der wird dadurch ein bisschen verstimmt. Aha, er ist etwas verstimmt heute. Und das scheint auch noch zu funktionieren. Ich habe aber auch schon Versuche gemacht, ähnlicher Art, wo das nichts gebracht hat. Und jetzt die ganze Sache nochmal mit Abstand. Mit die Elektrikum als Abstand. Und da kommt sofort Reading Tag. Also da sehen wir die Grenzen von der simplen Variante mit diesem Sleeve. Das Ding scheint wirklich nur abzuschirmen. Während, und das ist jetzt eine Vermutung, da werden wir uns jetzt gleich darum kümmern, diese anderen Karten eine Art Störsender bilden, die das Signal aktiv stören. Aber wir wollen uns natürlich noch einen Sleeve von innen angucken. So, das sind die Dr. House Momente, wo man mit dem Skalpell in der Hand dann rumspielt. Ja, ich hätte auch eine Schere nehmen können, aber dann hättet ihr nachher nicht so viel Angst um meine Finger gehabt. Und wir sind relativ unüberrascht. Das ist halt eine metallisch beschichtete Innenschicht, die eben versucht, dann die Strahlung abzuschirmen. Aber man merkt halt auch, dass die Beschichtung nicht richtig super ist. Also man kriegt die einigermaßen auch weggekratzt. Also eigentlich insgesamt die schlechteste Variante. Ja, wie gesagt, wenn das Ding hinter der Karte ist, wird wahrscheinlich der Schwingkreis etwas... Der Schwingkreis ist sogar falsch. Er hat eben das Feld gestört und dann stimmt eben die elektrische Eigenschaft nicht mehr von dem ganzen Zeugs. Das Ding ist aber auch nicht viel besser als eine Alufolie, die ihr um eure Karten wickelt. Also ihr könntet eigentlich auch euren, wenn ihr es von eurer Bankkarte habt, euren Einschub für die Karte einfach mit Alufolie umwickeln. Dann seid ihr so der richtig professionelle Aluträger und auch Alukartenträger. So, aber was läuft jetzt da eigentlich wirklich ab? Und um das messen zu können, habe ich da eine wunderschöne Spule gebastelt. Und wir werden uns ein bisschen jetzt vor das Ostsee setzen und gucken, was diese Kärtchen da eigentlich machen. Und man sieht jetzt hier, wie das Tablett eine Frequenz erzeugt, rechts auf dem Ostsee und links auf dem Spektrumanalyzer. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Da liegt jetzt gerade die Kreditkarte drunter. Und ich versuche natürlich, das zum Triggern zu kriegen. Da in der Mitte sieht man jetzt eine Abweichung. Und das ist eigentlich die Datenübertragung. Weil die Datenübertragung funktioniert ja so, dass der Empfänger in der Kreditkarte oder in einer Karte allgemein einfach die Frequenz dämpft an bestimmten Punkten. Und im Prinzip wird einfach die Antenne, die Empfängerantenne kurzgeschlossen. Und dadurch wird eben ein Strom im Sender erzeugt. Und das ist jetzt mal ganz simpel erklärt, die Datenübertragung, wie sie da stattfindet. Und jetzt sieht man auch die Neusuchsequenz, also wenn die Karte gelesen wird. Und ja, ihr seht jetzt hier die Bitmuster. Jetzt lege ich mal die Blockerkarte drauf. Und jetzt erkennt man auf dem Ostzie, dass es mehr so ein durchgängiges Gebimsel ist. Man sieht diese einzelnen Punkte nicht mehr, die eben zeigen, wo die Frequenz runtergedämpft wurde. Da sieht man jetzt wieder die Bitmuster, die Datenübertragung. Also scheint diese Blockerkarte so eine Art Rauschen zu erzeugen. Naja, gut. Wie funktioniert das jetzt eigentlich? Also wie schaut so eine Karte von innen aus? Leider sieht man nichts durch. Also ich habe es versucht mit einer Lampe dagegen zu scheinen. Naja, gucken wir mal, ob wir das Zeug delaminiert kriegen. Ohne dass man die Finger schneit. Ich hasse ja solche Constraints, gell? Tja, und schon wieder eine Schreibtischunterlage vernichtet. Boah, also laminiert ist es gut. Dann müssen wir ein bisschen härter rangehen an die Sache. Ich versuche es mal mit roher Gewalt und gucke, ob man dann irgendwie eine Chance findet, diese ganze Laminierung loszukriegen. Das ist jetzt nervig. Sind die alle so? Also die kriege ich ganz schlecht auseinander. Wir machen es brutal. Ich schneide mal die in der Mitte durch, weil da müsste man dann die Leiterbahnen sehen. Und vielleicht kann man sich in Hand von denen dann ein bisschen Überblick verschaffen, wie es hier drin weitergeht. Also wenn man ganz genau schaut, dann sieht man hier leichte Ansätze von Leiterbahnen, behaupte ich mal. Also das hier sieht für mich kupferisch aus. Boah. So, andere Waffen. Änderung der Waffen. Und willst du nicht aufgehen, dann brauche ich Gewalt. Nicht nachmachen. Habe ich das schon mal heute gesagt? Nee, oder? Na, immerhin. And it's moving, moving. Das ist echter Wahnsinn. Also bis jetzt hat es das voll gebracht, also nicht. Ah. Upsala. Hier sieht man ein Stückchen Kupfer hier. Ich habe gerade überlegt, ob zufällig der Inhalt mit dem Aufdruck übereinstimmt. Dann müsste in der Mitte ein Chip sein. Das schauen wir uns jetzt noch an. Aber ich glaube, das kann ich aufgeben. Ich versuche rauszukriegen, ob man in der Mitte nur irgendwas sieht. Aber ich schätze mal, da ist nichts zu holen. Ich könnte es noch probieren, so richtig heiß zu machen. Das wäre jetzt noch Plan C. Hast du es probiert mit heiß zu machen und hast du es probiert mit Säure. Mit Säure, das lassen wir. Da habe ich keinen Bock dazu. So, ich gebe auf. Sie haben alle funktioniert, alle drei, die ich jetzt hier hatte. Die Preise sind unterschiedlich. Der hier ist, glaube ich, so, die Überreste hier, ist im Bereich so 5, 6 Euro. Und dann geht es so auf 12, 15 Euro hoch. Ich glaube, der mit LED ist tatsächlich auch der teuerste. Könnt ihr selber entscheiden, ob für euch irgend sowas sinnvoll ist. Im einfachsten Fall Alufolie im Geldbeutel hilft. Und ihr wisst, warum wir das überhaupt machen. Ich nehme an, das ist klar. Weil eben tatsächlich der Angriffsvektor da ist, dass jemand die Karte von euch mehr oder weniger unerwartet ausliest. Und die Dinge funktionieren jetzt halt auf 13,56 MHz. Ich weiß nicht, ob auf anderen Frequenzen. Ich halte es für unwahrscheinlich. Weil da eben, wie wir es jetzt hier leicht sehen, wie sie es abzeichnet, eine Spule dieser Art finden. Und eben diese 13 MHz Transponder werden eben wahrscheinlich auf die Frequenz hier abgestimmt sein. Also die werden auf diese Frequenz von 13,56 MHz abgestimmt sein. Ich bin echt erstaunt, weil ich dachte, mei, das ist, wie schon vorher angedeutet, so eins von diesen Handystrahlungshomöopathie-Schwachsinns-Kärtchen, dass dann nachher auch noch dein Getränk, dein Wasser levitiert und was weiß ich was. Hauptsache, also gutes Karma. Also für den, der es verkauft natürlich gutes Geld. Ist es nicht. Es tut. Und ich sage es ungern, aber ich habe jetzt die ganz gelassen und ich werde die verwenden. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, ich habe diese drei Kerlchen als Amazon Affiliate-Links unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr darüber einkauft, geht ein Teil eures Umsatzes an mich. Es wird dadurch für euch nicht teurer. Wenn ihr sagt, das wollt ihr nicht, dann klickt ihr eben nicht auf den Link und sucht euch die Sachen so raus. Dann ist es halt so. Ihr könnt aber noch per Patreon und per Paypal und so weiter und per Ebay einkaufen und den Kanal unterstützen. Findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Da sind auch Möglichkeiten, mich per E-Mail zu erreichen und ein Link auf unseren Discord-Service. Ja, da könnt ihr einfach mal mit Gleichgesinnten ein bisschen diskutieren. What so ever. Bis zum nächsten Mal. Servus.